Eben schon, McIlroy, der als dritter Spieler in diesem Team hier zweistellig im Schnittsport. Strainings-League in Dresden-Napoles. Etwas zu viel gewollt von Klay, der damit das Penetration öffnet und... Heute bisher mit einer sehr, sehr starken Leistung. Ist wieder überall zu finden, wo man ihn braucht. Zwei Punkte, aber der Sitz-Offbreak-Spiel haben wir bisher noch nicht von ihm gesehen. Oh. In der Transition geht es nicht so langsam, wenn er erstmal ins Rollen gekommen ist. Vor allen Dingen weiß er meistens, wo er sich hinbewegen muss und das ist ja auch schon mal viel wert. Das ist ein Dreier, der trifft nochmal, aber ist ja unglaublich. Ist das schön und kippt sich selber den Assist. Jena jetzt in der Zonenverteidigung. Da muss man ausboxen, ist gar nicht so leicht, wie man hier sieht. Keine feste Zuordnung. Schöner Pass von Kulboka. Und weg mir. Nochmal guter Pass, schneller Pass. Auf den besser Postierten. Jena jetzt in der Zonenverteidigung. Da muss man ausboxen, ist gar nicht so leicht, wie man hier sieht. Keine feste Zuordnung. Lock von Wolf an Heckmann. Wer wird das? Vielleicht die Bonner. Rechnen müssen wir dann nach dem Spiel. Magneal. Gute Verteidigung. Und Wolf mit dem Notdreier gedraftet zu werden. Ist der schön und kippt sich selber den Assist.